Halli, hallo, meine lieben Reborn-Freundinnen, halli, hallo, liebe Reborn-Freunde. Wieder einmal ein recht liebes und herzliches Willkommen in meiner Violas Babystube. Ja, immer wenn ich hier bin, gibt es wen Neues zu zeigen. Das ist ja nur auch nichts Neues mehr, ne? Na gut, dann möchte ich euch mal verraten, um wen es sich dann nun dabei handelt, ne? Wollen wir mal den Schnulli erstmal rausnehmen? Ich glaube, ne? Damit man ein ganz, ja, damit man ein ganz bisschen mehr von der kleinen Maus sehen kann, ne? Ja, und zwar ist es die kleine Joy. Sie entstand aus dem Bausatz von oder nach Adrie Stöte. Natürlich hat Adrie Stöte das kleine Mäuschen modelliert und daraus wurde der Bausatz gefertigt. Und ich habe dann weitergemacht. Ja, so ist es ja nun halt mit den kleinen Mäusen. So, ich werde mal schnell ein wenig aufdecken hier und hoffe, dass ich nicht so eine Wüste mache und alles verwurste und euch gleich mal ein wenig schon mal zeigen. Ja, das ist ein kleines Mädelchen mit einem süßen, kleinen, zarten Painting. Ja, und sie ist sehr, sehr zart gefärbt, die kleine Maus. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo wir schon mal ein bisschen was draufhalten können, ne? Dass wir dann schon mal ein paar Einzelheiten vorzeigen können. Auf die Fingerchen, schaut mal. Ja. Huch, jetzt rollt das ganze Bettchen weg. Ja. Hier halte ich auch mal ein bisschen dichter drauf. Ich zeige euch nachher dann nochmal das Painting. Etwas genauer, ne? Ja, und sie lächelt so schön im Schlaf. Und sie hat auch einen besonderen Körper. Ich nehme mal so das Köpfchen ein bisschen hoch. Ja. So, ich denke mal, fürs Erste habe ich schon ein wenig gezeigt. Ich decke nochmal ein wenig zu. Ja, ich kann das immer nicht so, die Mäuslein immer so liegen lassen, bis ich umgebaut habe. Dann sind die doch glatt erfroren. Langsam wird es Herbst. Ja, meine Lieben. Also, ein kleiner fixer Umbau für euch. Für mich dauert es immer ein ganz bisschen länger. Und dann bis ganz, ganz gleich. Und dann machen wir ein schönes, süßes Muggelchen aus der kleinen, ne? Bis gleich. So, ihr Lieben. Langsam lerne ich auch ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen in meine eigenen Umbauten. Und es dauert nicht mehr ewig. Ich habe schon Nachmittage damit zugebracht, umzubauen. Jetzt suche ich wenigstens einen Teil der Dinge vorher, damit ich das dann schon mal nicht habe. Na gut, ihr wollt mich nicht so viel schnatternd hören. Ihr wollt sehen, ne? Ja. So. Ich bin mit der Kamera wieder ein bisschen dichter oder ein bisschen recht viel dichter dran gegangen, damit ihr schön was von der Färbung und von den Füßchen und so weiter sehen könnt, ne? Das Bild ist dann auch größer. Das Mäuslein liegt dann nicht hier in der Mitte. Und oben ist noch so viel Platz. Also, ich habe versucht, dass ihr alles schön sehen könnt. Ich möchte ja die kleinen Mäuslein vorstellen. Und was mache ich? Ich schnatter schon wieder. Ich merke das. Geht gleich los mit Geschnattern, ne? Na gut, aber ein wenig Geschnattern soll ja auch sein. So, ich habe jetzt mal die Unterlage weggenommen. Ja, dass das die kleine Joy ist, hatte ich euch ja schon gesagt. Das ist eine ganz süße. Und sie hat so auch so das Engelslächeln. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Ja, gut, dann zeige ich euch gleich mal das Painting. Das ist auch sehr zart. So wie der erste Haarflaum, der so wächst bei den kleinen, ne? Hier hat sie die Fontanelle, wenn man so rüberfährt. Ich habe versucht, die ein bisschen unsichtbar zu gestalten. Ich hoffe, das ist mir gelungen, sodass man sie nur sieht, wenn man... Ja, und da bin ich wieder. Ach, und dann zeige ich euch gleich mal das. Schaut mal, die hat so einen Körper, der hat keine Scheibengelenke. Der hat aber einen kleinen Popo. Und wenn man sie dann so... Ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich das Bild nur so groß gemacht. Wenn man sie dann so nimmt, sie haben dann so einen richtigen, schönen, runden Rücken, wie das bei den kleinen Babys dann auch so ist, ne? So hier, so dieses schöne Runde. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erkläre. Also ich finde es eigentlich sehr, sehr niedlich mit diesem Körper. Erst habe ich gedacht, naja, keine Scheibengelenke. Aber Gott mal, warum soll man nicht alles probieren, finde ich. Das war so ein bisschen so gewünscht. Und ich muss sagen, es gefällt mir ganz, ganz gut. Ne, nicht ganz nicht gut, sondern ganz gut. Ja, so, gehen wir eben an Nuki. Sie wiegt stolze 2600 Gramm, so wie sie da liegt. Also ist auch noch was ins Bäuchlein reingegangen. Den Kopf muss man ein bisschen stützen, ne? Der fällt so nach hinten über. Den muss man auch schön halten. Ja, das erstmal dazu. Dann wollen wir mal sehen, wie groß oder wie klein die Maus ist. Ja, da ist das Zentimetermaß. Das muss man erstmal... Gut, dann wollen wir mal sehen, ne? Hier, ja. So, 38 bis da. Dann noch, joa, schaut mal. Bei 48 hört es auf. Sie könnte auch 49 sein, dann so ganz genau. Aber eben so die Größe eines neugeborenen kleinen Mäuslein hat sie, ne? Joa, dann werden wir dem Mäuslein auch mal eine Windel verpassen, ne? Ja, jawoll. Mit eins fängt es an. Langsam lerne ich das auch irgendwie. Tja, ich mache es ja auch erst 10 Jahre, ne? Ja, ja. Na gut. Ja, dann wollen wir mal jetzt mit die erste Windel umfummeln hier. So, na. Ganz klasse, ne? Das ist auch so schön. Sie hält, sie hält also praktisch die Ärmchen. Die kann man auch bewegen. Man muss sie ein bisschen, bisschen hier anfassen. Das geht alles wunderbar. Und was eben schön ist, man kann sie zum Dekorieren, ne? Und dann hält sie eben, ja, man muss ein bisschen festhalten. Jawoll. Was machst du da? Das schaut doch mal her. Ja. Fingerchen, weiß ich nicht, geht nicht ganz. Aber das Fingerchen fummeln. Die Fingerchen können schön im Gesicht rumfummeln. Huch, was ist denn da? Ein kleiner Fussel. Ja. So, der ist jetzt weg, der Fussel. Gut. Dann habe ich das nun auch noch gezeigt. Dann haben wir noch ein bisschen Dummheiten gemacht, ne? Ja. Deswegen das kleine Grinsen, Mäuslein. Hier. Ja, wieder der Finger nach oben. Macht man nicht. Nein, nein. Macht man gar nicht. So. Dann nehmen wir jetzt Windel Nummer zwei. Die meisten wissen es, warum zwei Windeln. Ja. Gibt den schönen Knacke Popo. Und es gibt ein bisschen Babyduft in die Windeln, ne? Ja, ich kaufe hier immer so ein bisschen Babyduft. So ganz umsonst ist das Zeugs auch nicht. Aber macht einen ganz schönen, schönen, wunderbaren Duft. So, das Baby duftet schön nach Babylein, ne? Da mache ich hier ein paar Tröpfchen drauf. Falls es denn funktioniert. Jawohl. Manchmal funktioniert es auch. Na. Naja, gut, doch. Jetzt riecht es. Ja. Ist nicht immer alles gleich gut, ne? Ja. Na gut, jetzt habe ich es. Jetzt duftet es auch ein bisschen. Tja, an welchen Dingen man hier scheitert, das bin ich immer selber fasziniert. So. Aber drei Patz deshalb, damit das nicht hier durchsiffert oder durchdrückt oder deswegen mache ich das eigentlich. Man kann ein Patz reinlegen. Es sind ja nur zwei Windeln. Das kann jeder für sich entscheiden, wie er das gerne macht, ne? Das ist einfach. Ich mache es einfach so. Und so ist es halt. Ja, sie mit ihren Ärmchen und das klappt wunderbar. Und ich denke mal auch, man kann die Beine denn auch so ein bisschen, ne? Das kann man... Bin sehr begeistert, muss ich sagen. Obwohl ich gar nicht so sehr auf die Körper bisher gestanden habe. Huch, wollen wir mal nicht aus dem Bild. Aber man kann alles probieren und alles versuchen. Und warum nicht so? Da wollen wir der kleinen Maus mal was einziehen. Ja. Nun habe ich mal was ganz Komplettes rausgesucht. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir das jetzt auseinander geprottet kriegen. Und dass die Kleine auch was... Ich gebe immer Nucki, ne? In der Zeit, wo wir hier rummüllen. Ja. Schere hat es jetzt wieder getan. Aha. So. Es ist ein Komplettesit. Da ist auch gleich ein Body dabei. Sicherlich einer mit 10.000 Schwierigkeiten. Oh, der sieht aber recht groß aus. Das ist eine 56. Naja, wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja. Ich habe gedacht, immer so... Diese Sachen fallen ja so normalerweise immer klein aus. Normalerweise. Ja. Was ist normalerweise? So. Mensch, hier ist ein kleines Fusselchen. Jetzt habe ich ihn weg. Ne, immer noch nicht. So. Fusseln wollen wir hier nicht, ne? Jetzt machen wir aber Nuck ihn weg, ne? Ja, Köpfchen kann man auch drehen. Das habe ich schon oft gezeigt. Ohren anfassen. Ja, sie soll ja auch gesehen werden, ne? Na gut. So. Ein Body von unten anzuziehen. Hier ist ja auch Wurst. Das sind ja gepintete Haare. Da kann nicht so viel schief gehen. Ist auch versiegelt. Man kann auch mit dem Läppchen darüber gehen. Und das Köpfchen mal waschen. Je nachdem, was die neue Mama so vorhat mit dem kleinen Mäuschen. Naja. Und beim Umziehen verwurscht denn keine Haare. Man braucht keine Haarbürste zum Einsatz bringen. Ich finde es selber inzwischen auch schon ganz toll. Und mache mir gerade selbst einen kleinen mit Painting. Allerdings ist meine Zeit immer recht knapp. Also muss mein Kleiner noch ein wenig warten. Wenn er dann mal fertig wird, stelle ich euch auch den vor. Ja. Na selbstverständlich. Ne? Sonst gibt es ja ganz lange kein Video. Geht auch nicht. Na schaut mal. Geht doch, ne? Joa. Wieder mal einen Nuckel dazu. Den sieht man, wie sie mit... Ja. Eine Nummer kleiner hätte es wahrscheinlich gemacht. Aber das war eben ein Komplettset. Und da schien mir der Strampler gar nicht so sehr groß. Nun müssen wir mal schauen, was wir da alles noch haben. Ja, aber der Strampler ist nicht klein. Joa, joa. Sollen wir mal gucken. So, da ist ein Jäckchen drin. Das werde ich mal unterziehen. Obwohl es lange Arme sind. Ich mache es mal so. Ja. So. So, hier knistert was, hm? Joa. Hier sind so schöne kleine Stücke rein drauf. Ich weiß, die neue Mami liebt die weiße Farbe. Deswegen habe ich mich für weiß entschieden. Und auf diesen Sächelchen, das zeige ich gleich mal. Na, sie spreizt aber die Fingerchen hier, hm? Joa. Hier auf dem, auf dem, hier ist ein kleines Herzchen aufgestickt. Ich fand das ganz, ganz niedlich. Ja. So. Ja. Wunderbar. Wird passend. Passt doch. Na. Wunderbar. Kleine Mausi. So, ja. Bei den, bei diesen kleinen Mäuschen mit Pinting, da brauche ich dann auch überhaupt nicht dran rum vorstellen. Ja, die brauchen wir nur schick machen, ne? Joa. So, ja, mache ich auch mal ganz gerne, hatte ich ja gerade gesagt. So. Na, wer sagt's denn? Wieder mein Noki dazu, ne? Na, joa. Joa, funktioniert, ne? Jawohl. Oh, das macht man aber nicht so hart, ne? Nein. Na ja, und sie hat eine sehr, das hatte ich zu Anfang schon gesagt, sie hat eine sehr zarte Färbung. Das war so gewünscht. Und ich muss ihr auch sagen, das gefällt mir auch wirklich selber sehr, sehr gut. Gut, sie ist nun mal ein ganz zartes Mäuslein. Und bin selber begeistert. Ja. So, dann wollen wir mal den Strampi noch anziehen. Falls ich die Knöpfe aufkriege, dann gibt's auch einen Strampler an, ne? Joa. So. Ja. Das kriegen wir doch wohl gebacken hier. Ja, hier sind auch noch ganz tolle kleine Stickereien drauf. Das sieht richtig ein bisschen festlich aus, das Mäuslein, ne? Joa. Na ja, ist ja auch nicht mehr ganz lange bis Weihnachten. Mal sehen, wie viele Mäuse ich vor Weihnachten noch fertig kriege. Da kann ich nichts schwören, nichts versprechen. Ich arbeite immer ab. Und dann wollen wir mal schauen. Ja. Jedes Püppilein und jedes Mäuslein braucht eben auch seine Zeit. So. Ja. Na. Ja. Naja, gut. Die 56 fällt diesmal wieder nicht so klein aus. Ein andermal ist sie zu klein. So. Na. Sieht doch schick aus hier, hm? Na. Joa, da würde ich sagen, da sie ganz weiß ist, hatte ich jetzt ein paar etwas kräftigere rosa Schuhchen ausgesucht. Langsam geht es nun wirklich mit dieser Sorte dem Ende zu. Ich muss sehen, wie es weiter geht. Ja. Ich habe aber noch Staatsreserven. Aber andere. Aber das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Wenn ich die, wenn es das passende Mäuslein ist, dann zeige ich die Schuhchen dann vor. Natürlich. So. Na. Ja. Das sieht doch schick aus. Ich würde sagen, das ist so richtig ein bisschen der Gegensatz. Das weiße Strampelchen und dann eben die etwas kräftigeren Schuhchen. Ja. Da grinst du, ne? Ja. Wieder mal Nuki dazu rein oder ran. Ja. Ja. Ich drehe sie auch noch mal auf den Rücken, damit ihr das mal aus... Auf dem Rücken. Auf die Seite. Ja, ja. Viel schnattern und sich doch dann noch versprechen, ne? So sieht die kleine Mausi denn aus, wenn sie schläft auf der Seite. Kann man doch fast denken, es ist ein richtiges Mäuslein, ne? Ja, denke ich mal schon. So. Sie bleibt sogar liegen. Oh. Gut. Drehen wir dich wieder zurück, ne? Ja. Ach, so. Ja. Na. Ja. Kleine Maus. Ja. Lassen wir sie mal einen Augenblick in die Richtung schauen, ne? So. Da gibt es natürlich zu diesem Set, gab es auch noch ein Mützchen dazu. Denn... So. Hier geht hier gerade eine Maschine ein, aber die geht auch schon wieder aus, ja. Der Computer im Hintergrund. Ja, das Mütz... Das Mützchen ist wohl ein bisschen, ein bisschen reichlich. Ja. So. Da muss wohl hinten was getan werden. Also doch, eine Nummer kleiner hätte es in allem vielleicht gemacht. Aber so ist es jetzt halt. Gut. Gut. Da sind wir schon fast beinahe wieder am Ende angelangt. Ja. Doch. Ach, da gibt es noch was. Na klar. Na, warum denn? Ohne reist keiner. Mal ist es etwas größer, mal ist es etwas kleiner. Diesmal ist es nicht ganz so groß. Aber ein richtiger, kleiner, kugelrunder Reisebegleiter. Ja. Den kann sie auch schon fast alleine festhalten. Nehme die Nucke aber nochmal raus. Ja. So. Jetzt nehme ich das Mützchen auch wieder ab. Denn ich selbst finde das Painting auch sehr schön. So, meine Lieben. Ja. Da sind wir am Ende angelangt schon wieder. Das nächste Video weiß ich nicht ganz genau, wann es kommt. Aber ewig lässt es nicht auf sich warten. Wie ich schon gesagt habe, ich arbeite ab und einer nach dem anderen wird fertig. Früher oder später. Und ich versuche mein Bestes, noch einiges bis Weihnachten durchzuziehen. Ja, ihr Lieben. Das war es schon wieder. Habe ich euch schon wieder ein kleines Mäuslein vorgestellt. Die lasse ich nochmal ein bisschen in die Kamera schauen. So. Ich hoffe, dass ihr schön sehen konntet und schön seht. Nun bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Liebe Grüße an die neue Mama zu schicken, die sich sicherlich, die schon sehr sehnsüchtig wartet. Wie immer. Also, ihr Lieben. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Es sagt euch ganz lieb Tschüss, die kleine Joy. Und eure Viola aus Violas Babystube. Macht es gut. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal.